Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In heute im Video geht es wieder um ein Do-It-Yourself. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie schon im Intro gesagt, es geht um ein Do-It-Yourself. Und zwar ist sie endlich gekommen, die schwarze K-Hat-Webware-Hose. Und ich habe dazu noch eine braune. Wir werden das Ganze distressen, das Ganze diesmal auch ein bisschen mit Farbe behandeln. Ich habe extra Textilfarbe geholt. Ich zeige euch das Ganze gleich am Tisch. Ziel ist das Ganze, weicher zu machen, ähnlich wie meine Jacke. Ich habe die Jacke da, ja, distressed, beziehungsweise behandelt. Die ist sehr, sehr nice geworden. Die trage ich wirklich sehr oft aktuell und ich bin mega happy damit. Ähnlich ist das Ziel. Ich werde sie diesmal nicht bleichen. Ich werde das Ganze ein bisschen anders behandeln. Ich habe mir ein bisschen was, ja, als Verstärkung geholt. Ich zeige euch das Ganze aber gleich. Ich denke, damit sollte das Ganze auf jeden Fall wesentlich einfacher und vor allen Dingen schneller gehen. Ja, wer das Video noch nicht gesehen hat, kann das gerne abchecken. Es ist ein sehr cooles Video geworden. Sehr cooles Do-It-Yourself zu der Jacke. Und ja, ähnlich werden wir das Ganze mit der schwarzen Hose angehen. Ihr seht schon mal hier, ich habe hier auch noch eine braune Hose. Die ist in 30-30 und die ist in 33-30. Man muss dazu sagen, die Hosen, wer die Hosen noch nicht probiert hat oder angezogen hat, die sitzen relativ hoch. Also man hat die hier relativ über der Hüfte auf jeden Fall am Sitz, sitzt die. Und dadurch, ja, sitzen die ein wenig anders. Ich habe normalerweise die Größe 32-30. Bei mir sitzt 32-30 ein wenig enger. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal 33-30 bestellt. Aber jeder, der 32-30, 32-32 trägt, sollte easy in die Hose reinpassen. Und viel Alternative habe ich auch nochmal die braunen. Leute, ich werde beide Hosen am Ende des Videos verlosen. Deswegen vergesst auf jeden Fall nicht, bis zum Ende am Start zu bleiben. Da könnt ihr diese Hosen gewinnen. Ich denke, das ist auf jeden Fall mega krass, weil die sind auf jeden Fall super gefragt gerade aktuell und auch relativ schnell ausverkauft. Ihr kriegt die Sachen teilweise einfach nicht mehr. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze ankommt, wie das Ergebnis auf jeden Fall wird. Ich freue mich darauf und ja, wir gehen jetzt einfach mal zum Tisch. So Leute, jetzt stehen wir hier am Tisch. Ich habe die ganzen Werkzeuge hier schon aufgebaut. Ihr seht auch drei Hosen. Nochmal Thema Levels 501 Vintage werde ich auf jeden Fall aufgreifen. Und vor allen Dingen der Hosenguide kommt auf jeden Fall auch noch die nächste. Ich schätze mal nächste Woche. Ich bin dann noch ein bisschen am gucken, welche Hose ich alles mit reinnehme, so dass das Ganze auf jeden Fall Sinn macht. Und gerade auch einfach die Zahlen der Zeit ein wenig trifft. Ja, ich habe mir auf jeden Fall noch eine Hose bestellt. Eine neue 501, weil die andere, die im Prinzip ja weg war, war auch gar nicht so einfach, die zu bekommen. Die sind nämlich überall ausverkauft, die richtigen Vintage 501. Aber wie soll es auch gerade gar nicht gehen? Ich habe sie nur mit reingenommen und überhoben als, ja, als kleinen Hinweis, dass da nochmal ein Video zukommt. Ja, sehr, sehr nice. Auch die 501, die dunkle, die ich gerade habe, das sieht man leider nicht richtig. Brutal, einfach nur sehr, sehr nice, wie die fitet. Ist auch mit Vintage-Hosen, die hat glaube ich 20 Euro gekostet. Ist auf jeden Fall eine coole Alternative und wie gesagt, das Hosen-Guide bzw. Hosen-Video kommt. Und ja, der nächste. Aber darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen, denn wir gehen auf diese zwei Hosen eigentlich hier ab. Ich nehme mal in die andere Kamera und dann zeige ich bei Ihnen genau, was hier Sache ist. So, Leute, hier haben wir die zwei Hosen. Seht ihr das? Einmal in den Kamelfarben, also in dem bräunlichen Ton und einmal in dem schwarzen Ton. Beide nagelneu. Hang-Tags etc. sind noch am Start. In beiden Hosen. Hier seht ihr auch nochmal die Größen. 30-30 und 33-30. Dazu habe ich mir bestellt und zwar Textilfarben. Verschiedensten Farben, das sind Textilfarben, wie das Ganze funktioniert, gehen wir noch im Video drauf ein. Und dann habe ich die altbekannten Werkzeuge am Start. Schleifpapier, meine Messing-Drahtbürste, diese Schleifklötze, Teppichmesser. Und dieses Mal habe ich mir einen Exzenter-Schleifer besorgt. Ich weiß nicht genau, wie gut das funktioniert, aber ich erhoffe mir von dem Ding hier auf jeden Fall viel Leichterung, weil hiermit ist das auf jeden Fall und hiermit sehr, sehr viel Arbeit. Und ich komme da mir jedes Mal extrem ins Schwitzen. Mit dem Exzenter-Schleifer sollte das auf jeden Fall easy gehen. Die gibt es für 30 Euro im Baumarkt, also für kleines Geld. Ich habe hier Schleifpapier drauf, 120 mal, also 120er Schleifpapier. Ich weiß es nicht genau, wie das Ganze wird, aber wie gesagt, ich denke, das wird ziemlich, ziemlich nice. Und ich werde jetzt erstmal mit der schwarzen Hose anfangen. Angefangen wird auf jeden Fall hiermit. Und dann schauen wir mal, danach werde ich das Ganze distressen. Also ich werde beide Hosen parallel daran arbeiten. Und dann wird das Ganze distressed. Und dann zum Schluss noch mit Farbe an. Wenn ihr Farbe nehmt und Textilfarbe im Prinzip benutzen möchtet, müsst ihr darauf achten. Hier ist nämlich eine Bewegungsanleitung dabei. Hier steht zum Beispiel, dass sie 24 Stunden lang trocknen soll. Und wenn das Ganze dann richtig in die Klamotten reingebrannt werden soll, wenn man das Ganze dann auch bei einer bestimmten Temperatur, dann muss ich mich nochmal schlau machen. Hier steht zwar bei 120 Grad 20 Minuten im Backofen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist für die Textilien. Deswegen werde ich mich da nochmal bei einer Alternative erkundigen, was man da machen kann. Ich lasse das natürlich gerne unten drin wissen, aber normalerweise müsste das Ganze eintrocknen. Und wenn ich das Ganze mit dem Bügeleisen nach- oder festbrenne, dann sollte das auf jeden Fall auch easy gehen. So kenne ich das auf jeden Fall aus der Vergangenheit. Wenn man sowas, ja natürlich muss das getrocknet sein, weil man sowas mit einem Handtuch oder mit einem alten Stofftuch nochmal drüber bügelt, sollte es auf jeden Fall auch funktionieren. Ja, die Textilfarbe wird auf jeden Fall auch, ja, mehr oder weniger neue Sack für mich. Ich denke, wir werden das Ganze relativ, ja, einfach halten mit Weiß, weil ich da bin, ja, bin nicht so der Fan von diesen extrem bunten Sacken. Also trotzdem hat das Set hier, ich glaube, 15 Euro gekostet, ist natürlich auch nicht ganz so viel drin, aber wir wollen hier nur kleine Akzente setzen, ein paar Spritzer, etc. Da muss ich mir dann noch einfallen lassen, genau wie. Ich habe noch Pinsel hier rumliegen. Wahrscheinlich, wenn wir das Ganze dann mitmachen, so einfach mal so ein Pinsel, so eine Bürste, mal gucken. Da lasse ich mich noch einfallen lassen. Jetzt bereite ich jetzt mal das Form zum Schleifen und dann sehen wir uns dann gleich, wenn der Tisch fertig ist mit dem Schleifen. So Leute, jetzt habe ich alles angeschlossen. Das Ding funktioniert auch. Es ist doch relativ laut. Der einzige Nachteil, der mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, dass man das Ganze nicht variieren kann. Also wenn ihr sowas holt, achtet drauf, es gibt die noch mit so ein bisschen, ja, mehr Einstellungsmöglichkeiten, dass ihr im Prinzip die Drehzahl von dem Ding ein bisschen variieren könnt. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtiger damit sein, dass ich die Hose nicht dann kaputt mache. Das wäre natürlich traurig, aber ich denke, dass ich da auf jeden Fall genug Verständnis für habe. Und jetzt wird erstmal geschliffen. So Leute, ich habe die Hose jetzt beide abgeschliffen. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Sauerei, aber mit so einem Gerät erleichtert es das auf jeden Fall. Ihr müsst sowas nicht kaufen. Vielleicht hat ihr Europa oder euer Vater oder sonstiges. Oder euer Nachbar sowas auch in der Garage. Das ist eigentlich ein gängiges Schleifgerät. Könnt ihr euch allein, etc. Wichtig ist nur, dass ihr diese Aufsätze, also diese Schleifscheiben, euch besorgt. Ich habe jetzt 120er. Ich hätte auch noch ein bisschen gröber gewinnen können. Dann wäre das Ganze ein bisschen schneller gegangen. Aber dann ging das echt ganz gut. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Von der Geschwindigkeit war das auch okay. Aber jetzt nicht zu schnell oder so. Dass ihr das halt auch runter regeln müssen. Das Ergebnis ist ganz nice. Auf jeden Fall sehr nice. Ging eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wundert euch nicht. Ihr werdet auf jeden Fall eine Menge Staubfrau. Ich werde die gleich nochmal schön durchsaugen, dass das Ganze dann hier auch sauber hinterlassen. Ich das Ganze auch hier sauber hinterlasse. Und ja, jetzt geht es ans Distressen. So Leute, wir haben beide Hosen komplett distressed. Von oben bis unten. Unten wurden beide Hosenbeine geöffnet. Sowohl bei der beige als auch bei der schwarzen. Deswegen abgeschliffen. Die Hosen fühlen sich jetzt schon echt so ein bisschen vintage an. So ein bisschen abgenutzt. Ja, distressed so ein bisschen. Sowohl vorne als auch hinten. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr sowas machen würdet, macht entweder eine schwarze oder eine beige. Ihr seht hier zum Beispiel auf der schwarzen sind ab und zu so ein paar Flusen drauf. Hier muss ich gleich noch rauskämmen. Denn dafür ist ideal die Drahtbürste, dass das Ganze dann sauber gemacht wird. Jetzt werde ich das Ganze mit einem Pinsel. Ich habe leider nur so einen Weichborstenpinsel. Normalerweise ideal wäre dafür auch noch ein Hardborstenpinsel. Ich werde das Ganze so ein bisschen in dem Hüftbereich lassen. Ein bisschen runter in die Beine gehen, aber nicht zu viel. Ich denke schon auf der ganzen Hose. Ich weiß nicht, wie viel Farbe ich brauche. Ich hoffe, dass es relativ ergiebig ist. Und das Ziel ist, das Ganze ein bisschen nicer zu machen. Ich habe da keine Farbe mit. Ich hoffe, ich werde mich auch selber nicht allzu sehr einsauern. Deswegen probieren wir das einfach mal aus. Ja. Ja. So Leute, die Hosen sind eigentlich jetzt fertig. Jetzt müssen sie natürlich trocknen. Ich zeige euch jetzt auch noch mal im Detail, wie das Ganze dann fertig aussieht. Sind sehr nice geworden. Ich habe die Springklein nur im oberen Bereich gemacht und unten an den Hosenenden. Sowohl hinten als auch vorne. Ich muss sagen, sind echt gut geworden die Hosen. Ähnlich wie, ich sage mal, die Galerie, die Parfum-Varianten, die natürlich unbezahlbar sind heutzutage. Deswegen, ja. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, wenn ihr sowas macht, sucht euch einen Ort, den ihr auf jeden Fall dreckig machen könnt. Und zieht Klamotten an. Ich habe hier zum Beispiel ein bisschen Farbe abbekommen, aber da ist alles noch im Rahmen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Deswegen, ja, sehr nice. So Leute, jetzt noch kurz zum Gewinnspiel. Wie gesagt, die Hosen sind sehr, sehr nice geworden. Macht auf jeden Fall mit, wenn ihr Bock auf eine Hose habt. Ich werde beide innerhalb einer Woche verlosen. Was ihr machen müsst, ist dem Kanal folgen. Hashtag gewinnspielt auch in den Kommentaren. Lasst mich auch noch dabei wissen, warum ihr so eine Hose haben möchtet. Und vor allem, welche Größe auch für euch beiden, also die schwarze oder die beige Variante, für euch interessant bleiben sollte. Und ja, dann wünsche ich auf jeden Fall den Gewinnern viel, viel Spaß damit. Ich kann euch leider Fitpicks noch nicht zeigen, weil das Ganze noch nicht trocken ist. Aber die Hosen sind sehr, sehr nice geworden. Und ich denke, derjenige, der die Hose bekommt, wird auf jeden Fall happy damit sein. Ja, auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Aber wie schon gesagt, wenn ihr ein bisschen Liebe in solche Produkte reinsteckt, dann kriegt ihr auf jeden Fall ein geiles Ergebnis. Deswegen Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace. Ciao.